Ich hatte ja schon darauf gewartet, es war klar, dass es kommt, hat mich null überrascht. Und zu den Ereignissen und so möchte ich nichts mehr sagen. Und zwar das Schöne ist eigentlich, dass von sehr vielen Leuten viele gute Sachen gesagt wurden. Dass es wie eine Welle kam, und eine positive Welle. Es ist eine grundsätzliche Sichtweise auf die Dinge. Es ist eine Kunst, den Kommerz nicht so groß werden zu lassen. Und trotzdem im Wirtschaftssektor, Fußball, dem gerecht zu werden, dass natürlich ganz viele Leute dadurch ernährt werden. Aber es zu schaffen, die sportliche Qualifikation und den sportlichen Wettbewerb als der wichtigste Punkt anzusehen. Dass das in Deutschland Lunge ist, bis jetzt zu überwiegendem Maß. Auch da gibt es natürlich Entwicklungen, die bedenklich sind. Aber es hat etwas damit zu tun, dass wir halt ein paar Regeln hatten, die es in anderen Ländern in der Form nicht mehr gibt. Wo halt Neokapitalismus über allem steht. Von dem her sehe ich viele Sachen sehr kritisch. Aber ich glaube, das kann man nicht in zwei Minuten darlegen. Und sie haben nicht Unrecht, dass da, ich habe mich nicht ausführlich damit befasst, aber natürlich die Form zur Champions League immer auch Druck dahinter steht von Vereinen, die natürlich fast auch schließlich sich nur noch als Wirtschaftskraft wahrnehmen, auch wenn sie den Fußball gewissermaßen vorne dran stellen. Aber die wirtschaftlichen Ziele natürlich weit über den fussballerischen Zielen stehen. Das heisst natürlich auch in Zukunft, sich dagegen zu wehren. Das hat jetzt funktioniert gehabt. Und dann schauen wir mal, wie das ist mit der Champions League Reform und ob da nicht auch wieder genug Leute dann aufstehen und sagen, dann in der Zukunft, sie wollen das so nicht mehr. Das war jetzt schon mal ein Fanal, was jetzt da gesandt wurde, an vollständig absurde Vorstellungen und auch an Verdrehungen der Tatsache. Es wurde ja dargestellt, der Fussball soll so geredet werden. Es ist fast schon ein Hohn, aber der Max Eberl hat es ja super zum Ausdruck gebracht, deshalb habe ich gedacht, da brauche ich eigentlich dazu nichts mehr sagen.